so leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge kameramann teil zwei mal wieder guten tag mit dem baby schade da wird heute gefickt da ist jemand die karre fährt zu lahmarschig wenn sie die stube machen mit k mit ha stop 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 guten tag wenn sie mit interview kontakt er hat ein mikrofon kurz aus dem arschloch holen gut und selbst obwohl es ist das nicht der troll damals gewesen den kenne ich doch im auto sitzt das aus wie kontroller damals ja ja wir haben uns ja schon mal gefangen in dünnerpreisen oder leider haben nicht verstanden was sie bei der legalisierung gesagt haben ja ich bin ein bisschen gut aber bisher auch nicht so da verstehe ich komplett aus dem stück und bis jetzt in den Hosen ja einmal stift so nur noch wie und auch bei mehreren stück durch ja was müssen sie machen das ist doch gut heidenschaft wie würden sie reagieren wenn sie den haus einbrechen und da eine nackte frau richtig abgehen richtig schön poppen wenn sie uns dann auch anrufen dass sie das filmen dürfen wenn ich mutter filmen machen ja der herr ich habe meine frage kennen sie schon meinen youtube kanal den spiele gamer kanal was er könnte noch nicht da könnte man könnte dann können sie sich das hier noch mal ansehen ihr gespräch ja kannst ja schon mal ab und da lassen spiegel haben wir arbeiten ja hallo 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 Guten Tag! Üblich war mein Glied da hinten reinstecken. Nicht gegeben Gas. Fang jetzt lauter Digga, das sag ich dir. So leise der Lambo? Ich hab gehört, schwarze Glieder sind lang. Bin ich schon auch ein schwarzer? Schau jetzt, schau jetzt, schau. Oh ne, Mama, kommen sie mit. Lang, Digs. Swin! Kommt! Kommt sie mit! Second line. Das Auto steht ja noch. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Mensch. Jetzt haben sie nicht irgendwie ein Problem. Hallo. Bitte? Wir wissen's. Mensch. Ja, ich mit der Kamera. Kamerateam, ihr habt behindert. Ja. An ihrer Arbeit, meinst du? Ist das ne Demo oder? Ne. Was für ne Demo, hä? Wohin fahren sie? Warte. Die Demo. Oh, stimmt von hinten. Au! Klatsch. Warte, wir fahren mal wohin, okay? Wohin? Lass dich überraschen, nach Urlaub. Die schulden wir noch Mäuse. Wer? Na, der, der vorne sitzt. Der hat ne Knache. Da ist PD. Ja, PD ist auch nicht da. Sonst hätten wir mal interviewen können. Die haben ja keine Eier in der Hose. Erstmal, es wäre cool gewesen, live zu sein, während einem Raubüberfall. Ja, geht's ja nicht. Wie will man das drehen können, ne? Da ist ja auch Sperrzone dann wahrscheinlich. Ja, wir sind davon ausgeschlossen. Das sind ja das News-Team, wir müssen ja das berichten, der Herr. Ach so, das stimmt schon. Aber wir können ja selbst in Gefahr mitgehen, wissen Sie? Das gehört zum Job, der Herr. Unser Leben. Ja. Damit die Leute Informationen bekommen. Ja. Na, keine Sorge, ich will nur in der Knarre kaufen, falls mich jemand angreifen sollte. Keine Sorge, okay? Bis gleich. Oh. Bis gleich. Wer gerade unser Büro, der... Was? Wo ist das Büro? Hinter uns. Hinter uns. Ach so. Ja doch, ich seh's. Hä? Ja, stimmt, sie nutzen wirklich das Büro. Ach ja? Ja. Warte, ich komme gleich, okay? Sehen Sie auf zu schießen? Oh, hab ich sie getroffen? Nee. Hey, wo ist das Büro? Hinter uns. Gucken Sie doch mal. Steht Wesel. Wesel News. Gibt's leider dann doch. Behindertenparkplatz. Passt doch zu uns. Perfekt. Aber leider kann man das nicht einbeziehen, das Büro. nur einen Bürgermeister fragen. Oh Mann. Warte. Warte. Ich fahr ihn zum Medic. Ja. Ich bringe ihn zu Medik. Können sie reden? Hoppala. Da ist mir wohl die Hand ausgerutscht. Herr Kamerateam. Und Herr Schießermann. Da hat er einen Kopfschuss bekommen. Ja. Ist ausversenken gewesen. Ich glaube, der ist sauer auf uns. Kann mir jemand sagen, was? Kann mir jemand sagen, wie ich ihn kontrollieren kann? Nee, wir sind, ich glaube, ich fesseln ihn. Ach, hast du markiert? Ja. Danke, Baby. Ja, ich glaube, ich wollte sie erst fragen, aber... Was? Ich wollte sie erst fragen, aber wegen Navigation. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie irgendwie nicht mehr so sehen müssen. Ja. Hallo, wir waren ja so weit weg. Hallo, so weit kann ich noch nicht mehr. Aber bald. Bald kommt der Tag. Hä? Und da ist sie noch so weit weg. Ich brauche nur so ein Nüsel, äh, Nüsel, Fieselnüsel, äh, Auto. Ja. Ja. Gibt's ja eigentlich. Ach, der Arbeiter tut mir schon leid. Ja. ich lass ihn zum leichen kammer bringen was den brennen nach der hat da muss ein natat kopfschuss kassier von wehen ach so okay dann gibt es die leichenkammer warten sie ich brauche ich brauche eine kamera warten sie immer ich kann meine kamera nicht öffnen das ist doch egal kannst deine kamera vielleicht mit x muskel dachte da bringt ihn zum leichenkammer hallo hallo auch schon gekündigt waren sie gleich feiern und kaffee ich habe den 1 aus versehen abgeknallt hallo denkt er ist leise komm her freundin meyer bitte komm ja bitte ja ja bin ich wieso ah ja liegt ja beim alter oder ich bin noch was gucken meine fris ja der kopfhau ist noch drin auch auch damit da tut mir leid und wir ja auch der kameramann wir fahren jetzt mal da zurück markierst du mal bitte wohin oder zur waffenladen oder kann markieren kann auch markieren wollen sie da was du trägst nun eine person mit dir hä wie trage ich denn eigentlich das so gut ne stimmt nicht was wollen sie da drin wieder dazu unseren chefbüro ach so auch der arme das tut mir aber leid ja nicht hab ich den hops genommen ja 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 nur ja jetzt warten wir auf dem man kommt oder ob ich den hier so machen kann hände oder es knallt ganz fein langsam hatte ich guck mal richtig fesseln kann dass die freunde weiter sie können hände und warte emotes wer hupt da weiß ich doch nicht nehm mal an nimmst du noch einmal an auch ein klick müssen sie nochmal machen ja mach noch mal bitte wir müssen noch eine Anfrage schicken nochmal hui 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 schön kuscheln doch mal küssen hui ich setz jetzt alles durch das ist aber nicht küssen das ist doch heiß so ne das gibt es einen schönen Schmatze auf dem Mund hui 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 komm mit lass weiter weg gehen ich wollte gerade sagen sonst stehe ich gleich in der Wand hui 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 ich teste da mal alles durch hui 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 ich habe eine Backpfeife gegeben hui hallot das knallt hallo das knallt du kannst abbrechen Was für ein Team? Nee, haben wir nicht. Hände hoch oder es knallt? Hände hoch oder es knallt? Ich kann meine Hände nicht hoch machen. Ah, Muskel. Au. Schicken Sie sich. Schicken Sie sich beide. Ja, ja, ja. Bin, 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 bin. Oh, ich muss weg. Was ein Drodel. Ja, ich hätte ihn abknallen müssen. Aber damit hat er nicht gerechnet, dass ich hier sage, wie alles hat er. War es lustig? Ja, geht so. Hände hoch, das knallt. Na Freunde, das war es erstmal mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo dauer. Und wir testen dann weiter, ich muss es aus. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.